jetzt erkläre ich mal das pinkeln draufsetzen ich zeige es jetzt nur mal so exemplarisch wenn man drauf sitzt mit diesem hebel nach hinten öffnet man unten die luke in die pc-kassette dann pinkeln und nach dem pinkeln hier auf den blauen knopf drücken dann spült es nämlich und nach dem spülen wieder nach vorne dann ist das ding abgeschlossen